Die Gewichtsmanschetten von Arzt Vitality können an Hand- oder Fußgelenken befestigt werden und erhöhen so deren Eigengewicht beim Training. Sie eignen sich also ideal, um bei Gleichgewichtsstabilisierungs- oder Krafttrainingsübungen die Intensität zu erhöhen. Trainieren Sie mit der folgenden Übung die Muskulatur Ihrer Arme. Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und platzieren Sie die Gewichtsmanschetten an Ihren Handgelenken. Die Arme sind 90 Grad gebeugt und nach vorne gerichtet. Die Schultern sind tief. Während des Einatmens führen Sie die Ellbogen gebeugt nach hinten und ziehen Ihre Schulterblätter zusammen. Beim Ausatmen strecken Sie die Arme nach oben. Wiederholen Sie diese Übung sechs bis zehnmal und machen Sie anschließend ca. 30 Sekunden Pause. Danach wiederholen Sie den gesamten Vorgang ein bis zwei Mal. Sollten Sie diese Übung ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die gleiche Übung im Stehen durchführen. Diese Übung dient zur Kräftigung Ihrer Beinmuskulatur. Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und platzieren Sie die Gewichtsmanschetten an Ihren Fußgelenken. Ihre Beine sind 90 Grad gebeugt. Ihre Füße stehen hüftbreit am Boden. Heben Sie beim Ausatmen das rechte Knie an und setzen es beim Einatmen langsam und kontrolliert wieder ab. Beim nächsten Ausatmen wechseln Sie die Seite und heben das linke Knie an und setzen es beim Einatmen wieder kontrolliert auf dem Boden ab. Wiederholen Sie diese Übung sechs bis zehnmal pro Seite. Legen Sie anschließend eine Pause für ca. 30 Sekunden ein. Danach wiederholen Sie den gesamten Vorgang je nach Trainingszustand ein bis zwei Mal. Sollten Sie diese Übung ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die gleiche Übung im Stehen durchführen. Mit der folgenden Übung trainieren Sie Ihren gesamten Körper. Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl und platzieren Sie die Gewichtsmanschetten an Ihren Handgelenken. Führen Sie beim Ausatmen den rechten Ellbogen und das linke Knie vor dem Bauch zusammen. Strecken Sie anschließend beim Einatmen den rechten Arm diagonal nach oben und gleichzeitig das linke Bein in die Streckung nach außen. Beginnen Sie von vorne. Wiederholen Sie diese Übung sechs bis zehnmal nur mit dieser Körperseite. Legen Sie anschließend eine Pause für ca. 30 Sekunden ein und führen Sie dann die gleiche Übung ebenfalls sechs bis zehnmal mit der anderen Körperdiagonale durch. Danach wiederholen Sie den gesamten Vorgang mit beiden Seiten ein bis zwei Mal. Sollten Sie diese Übung ohne Schwierigkeiten ausführen können, können Sie die gleiche Übung im Stehen durchführen. Die folgende Übung dient der Verbesserung Ihrer Grundausdauer. Die Gewichtsmanschetten sind an den Handgelenken platziert. Führen Sie Walking bzw. zügiges Gehen mit den Gewichtsmanschetten aus. Die Arme sind gebeugt und schwingen mit deutlichem Armeinsatz mit, um den Trainingsreiz zu intensivieren. Achten Sie dabei auf ein leises und weiches Abrollen der Füße. Starten Sie zunächst mit ein bis drei Minuten Gehen in moderatem Tempo, sodass Sie sich währenddessen noch gut unterhalten können. Steigern Sie die Belastungszeit von Mal zu Mal langsam bis zehn Minuten. Die Intensität der Bewegung ändert sich dadurch aber nicht. Zum Schluss noch ein Hinweis. Sie sollten das Training abbrechen. Wenn Sie das Gefühl haben, wenig Luft zu bekommen oder nicht mehr frei atmen zu können. Sobald Schmerzen auftreten. Wenn Unwohlsein zum Beispiel in Form von Schwindel oder Übelkeit auftritt. Weitere Informationen zum Leben nach einem Herzinfarkt finden Sie in den folgenden Filmen und in unserem Experten-Talk. Viel Spaß beim Ausprobieren!